wie findest du den neuen tanz meine freunde was geht ab einer wir schauen jetzt mal fett in den neuen tanz rein oder wotter fuck irgendwie finde ich den durfte oder also ich finde es scheiße also ich finde ich weiß nicht ob ob euch jetzt meine meinung gefällt aber der scheiße der ist ultra scheiße 5 Euro dafür dass du wie ein spaßes die Gegend ist nee für 6 Euro kriegst du eine richtige Hunde Alter ich will es wieder mit ihm scheiße nee sorry wenn es jetzt euch wenn es euch gefällt und mir nicht aber der Tanz ist mal echt viel nass der ist doch mal richtig für den Arsch auf 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 Untertitelung. BR 2018